Hallo und herzlich willkommen hier bei Kettler Cops, unser Helfer ist jetzt fertig mit Feld 3 und ich mache da gleich weiter auf Feld Nr. 1, aber ich teile ihn erst mal ein für 6 und die 49 im Anschluss. Entschuldigung, ich werde mal ganz vorne das Stück abbauen. Ja, ich habe hier das Gerät 7.10 10.50 So, das heißt verlängern So, fertig So, verlängern heißt Ich gehe kurz mal hier rein, Mietfrist Gehen wir F2 rein Fuhrpark Geht er nun in den Kuppern, ne? Jo, Fähigkeit-Typ, da haben wir Sortierung Jetzt steigen wir aus Ich denke, wir haben erst so wenig Haare So Ich versuche mal hier rein zu gehen So, Mietfrist So, das geht so nicht Man, wenn er euch tragisch ist, dann werde ich einfach Ich hoffe Bergen, verlängern Hier geht es verlängern, aber keine 24 Stunden Wollen wir nicht vertreiben Sondern Wollen wir nicht vertreiben Wollen wir nicht vertreiben Da haben wir 6 Tonnen 4 4 Stunden verlängern Gut Dann werde ich hier mal ganz kurz Das Gerät vorne abnehmen Ich stelle mal hier in die Halle rein Ja, das Gerät liegt nur nach So, abbauen heißt es mal Tür öffnen, ne? Tür öffnen, ne? Tür öffnen, ne? Muss ja hier irgendwo abgehen Gut Jetzt wird ab Jetzt kann ich mir das Gewicht schnappen Wenn der da vorne rechts liegt So steht Beides kann man sagen, ne? Dann kann der auf Feld Nr. 6 beginnen Bremse Will er nicht oder kann er nicht? Normalerweise Muss das gehen Das machen wir weg Dann kommen wir zurück Dann können wir zurück Dann können sie Abhängen Dann können sie Koppel Wird das Geruchten verkehrt falsch rum? Steht es verkehrt rum? Ich glaube ja nicht Ich glaube kein Symbol in Anhänger Dann kann man ein Weitersgewicht da Nö Mal hinten probieren Das könnte nicht Aber das ist schon Das muss doch funktionieren, ne? Vorne kommt man wieder Quatsch, ne? Das läuft, ne? Da läuft, ne? Ich fahrs mal einfach raus Im Grunde Na egal ist es auch nicht, aber wie gesagt Das ist ja auch Das ist 500 Kilo im Gewicht Okay Also ich stelle mal ein für Feld Nr. 6 Hier Aufgaben Erledigt Neue Aufgabe Feldtyp Feldarbeit Fahrer Oh Das ist ein Mann Gut Hatte ich vergessen gehabt Gespann Das war einmal Der hier Gewicht Gewicht Könnte sein, dass es nicht funktioniert Aber Speichern Gut Ansonst kommt ein Fehlermalon Von vorne beginnen Feld Nr. 6 Nr. 6 Nr. den man jetzt mal Ruf Nach der Aufgabe Gespannen Behalten Speichern Gewicht hat er nicht mitgenommen Wenn es nicht funktioniert, muss man das andere Teil nehmen, weil sonst haben wir ein starkes Heckgewicht Oder er kann sich anhängen Was nicht geht, kann natürlich sein, ne? Und dann ist es ungünstig Aber das geht nicht Das ist kein Symbol Da werden wir das andere Stück nehmen Also unser Schaufel Dass er vorne ein bisschen Gewicht bekommt Alleine die Tatsache, dass das Gerät Aber das wird ja nicht funktionieren F1 Auffassung Bine F1 Nassen Binnen macht nix nehmen wir das gewicht vorne als schaufel und dann ist es gut baubereich nehmen können einteilen auf 1 aufgabe löschen neue aufgabe typ fahrer auswählen gespannt gibt man brauche es gar nicht nehmen wählen wählen ja ob es jetzt funktioniert probiert mal aus glaube ich eher nicht gruppe wählen speichern werden wir sehen noch probieren wenn ich muss halt oben noch rauskommen 6 9 haben wir angegeben gehabt von vorne beginnen gespannen behalten speichern gut hatte geahnt dass er beim werden probleme macht oder hat anhänger fährt trotzdem mal jetzt erst mal die straße fahren dann fahren wir nicht durch ein gebäude durchfahren die sind dann für ein carport so jetzt kann er alleine fahren ja macht er auf und ich bringe rum hier auf unserem fahrzeug dann kurz mal die kelle bisschen öel dann geht es da nicht mit dem gerät 10.000 bocken auf wieder angemeldet weiter geht es ich wollte sehr aggressiv die fliegen muss noch luft liegen außen ist noch gut 30 grad zum glück kommt morgen eine kleine abfüllung naja morgen ein haller schütt warm sein wenn man das durchlüften kann bei der arbeit lenkung ist aktiv ja da geht es ja 6 ist genau gegenüber das mieten ist ja nicht so teuer das geht ja alles gut angefangen das geht luft luft also 70 prozent mit ihrer mieter folgigkeit das ist schon heftig und da sind es 60 aber schon längere so kann der effekt sein weiter geht es der macht ja die 6 die 49 auch noch gemacht werden die fälle kauen können wir jetzt nicht wenn wir mal schauen dass mal einen tag heißt die nacht zumindest schlafen also nachts rechte in dem sind und dann mal bgh wieder befüllen lassen zweimal oder so dass das ding voll ist ist ja so ne geld kann man nur verdienen wenn es entsprechend alles schon läuft so ton doch mal passt ich habe mal so gemerkt die musik war glaube ich ein bisschen laut mal ganz kurz bisschen drosseln seht ihr es nicht war mir so neulich aufgefallen in den aufnahmen jetzt aber schon zu spät aber einmal noch mal hier anfangen wir zum stellen nicht nur so ein kalt gut gehen jedes mal ausschreiben ist ja auch naja da soll jetzt leider zwei fliegen hier leider krieg ich wir haben gerade 6 gemacht in meinen Augen die Schweine ich habe so eine spezielle klatsche dafür unser fahrer ist da ich kann hier nicht so ausholen mit der richtigen wucht ich befürchte irgendwas geputts schlage aber die fliegen sie meistens zu schnell jetzt hackt das ein bisschen schwach für den Grupper glaube ich das kann auch sein tja das ist jetzt Folge Nummer 2 Dienstag ich bin wieder halb 8 ob ich heute alles schaffe glaube ich eher nicht das muss ich auch nicht das ist mein Hauptziel das ich morgen machen also morgen zum Mediamarkt da bin ich eh schon beschäftigt und ja später je nachdem wie gut ich einschlafen werde äh weil ich weiß die Erfahrung schlecht eine Woche oder drei Wochen gewohnt äh also nicht unbedingt aufstehen muss ne dann dann kann ich noch länger schlafen ich krieg auch hin und dann ist die Umstellung gewaltig im Grunde wäre eine Spätschicht besser gewesen in Anführungszeichen aber wiederum ist es schöner für Freitag künftig Feierabend und morgen wird eh auch kein Stress sein glaube ich eher nicht oder auch nicht das weiß man nicht ne also Genieferung natürlich gekommen sein sicher nicht ne und dann heißt dann nachher oh wir brauchen drängen drängen das kenne ich schon alles ja wie vor das hat es auch schon vor heute gelesen sein sagt man tschüss und tschau ja morgen geht es hier weiter hier bei Kettle & Kops ja tödern und vorbereiten für die nächste Saison ja tschüss tschau und morgen geht es hier weiter hier bei Kettle & Kops tschüss und ich bin da cji t b x 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